Also auch wenn ich die Ampel nicht besonders mag, ich lebe schon lieber in einem Land, wo die Ampel regiert, als ein Orban oder eine Meloni. Eine Meloni, die hat ja in Italien gar nichts groß gemacht. Die ist ja in allen Bereichen eingeknickt. Also da kommen sogar mehr Flüchtlinge in Lampedusa an, als sie noch ins Amt gekommen ist. Beispielsweise. Also würdest du gerne in Orbans Ungarn jetzt gerade wohnen wollen? Also nicht viel weniger, also jetzt aus politischer Sicht nur, was einschränkende Meinungsfreiheit angeht, ist da nicht viel weiter fortgeschrittener als hier in Deutschland. Also hier musst du auch Angst haben, dass morgen der Verfassungsschutz vor der Tür steht, wenn du was Falsches äußerst. Du weißt ja nicht mehr, ob der dich beobachtet. Das kann ja einfach so anfangen. Der beobachtet ja sogar seinen ehemaligen Präsidenten Hans-Georg Maaßen. Also das geht ja schon ziemlich weit, was der Verfassungsschutz sich da rausnimmt. Ja gut, würdest du sagen, die sollen den nicht beobachten. Nein, der soll abgeschafft werden, der Verfassungsschutz. Das ist eine Institution, das ist ein Repressionsinstrument gegen uns Oppositionelle. Und das richtet sich aktuell noch nicht so stark gegen uns, aber wenn die Zustände sich zuspitzen, könnte sich das auch gegen uns richten. Und da sollten wir auf jeden Fall uns vor in Acht nehmen. Du guckst gerade so überrascht. Ja, also komplett abschaffen halte ich jetzt nicht für die beste Idee, ehrlich gesagt. Das hat die Linkspartei Ewigkeiten gefordert, das war immer eine Forderung. Ja, 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 aber die fordert das jetzt nicht mehr, oder? Weil sie da jetzt ihre Leute platziert. Weil sie den Verfassungsschutz politisiert. Und ja, dann sollte wie Stefan Kramer da hinsetzt. Also ideologisch überzeugte Antideutsche mit Beziehungen zur Amadeo Antonio Stiftung. Na ja, gut, also damals waren vielleicht andere Zeiten, dass man damals gedacht hat, man braucht den nicht so sehr. Also der hat natürlich auch einige Fehler gemacht, dass NSU so lange unentdeckt gewesen ist oder man so lange die nicht aufgehalten hat. Das spricht ja jetzt auch nicht unbedingt für den Verfassungsschutz, aber das könnte ja auch sein, dass da Herr Maaßen irgendwie seine Finger mit im Spiel gehabt hat. Und das vielleicht dann auch einen Grund gibt, den zu beobachten, oder? Also wenn man den Verfassungsschutz schon hat, dann sollte jetzt ein ehemaliger Präsident ja auch nicht unbedingt Immunität auf Lebenszeit kriegen. Du weißt ja gar nicht, in welche Richtung der sich entwickelt. Ja, aber sollte jemand wie Nancy Faeser darüber entscheiden, was verfassungsfeindlich ist? Naja, wer sollte denn darüber entscheiden? Wenn, also, also, so eine Behörde sollte es wie gesagt gar nicht geben. Darüber braucht man gar nicht zu entscheiden. Wenn eine Partei verfassungsfeindlich sein sollte, dann gibt es da Möglichkeiten, sie vom Bundesverfassungsgericht verbieten zu lassen. Auch das ist problematisch. Auch das Bundesverfassungsgericht ist nicht gefeit vor politischer Instrumentalisierung. Also das ist ja allein schon aus dem Wahlprozess der Richter ergibt sich das ja schon alleine. Aber es ist nochmal sicherer als der Verfassungsschutz, der ja einfach nur eine weisungsgebundene Behörde des Innenministeriums ist. Also wo eine Partei quasi da ihre Leute platzieren und dann ihre Gegner verfolgen lassen kann. Ja, ich überlege da halt immer, was kommt danach? Also auch wenn man den Verfassungsschutz oder den öffentlich-rechtlichen Rundfunk kritisiert, auch zu Recht. Und man fordert, dass da gewisse Sachen reformiert werden. Wenn wir beides einfach direkt zerkloppen und abschaffen, was füllt denn dann die Lücke, die die gelassen haben? Also wer kommt denn dann stattdessen? Für den Verfassungsschutz, da ist keine Lücke. Also es gibt keine Lücke für zu wenig staatliche Repressionen gegen Oppositionelle. Also die sind ja quasi jetzt aktuellen Gegenspieler von Oppositionellen oder Extremismus. Das ist ja offiziell, was sie suchen sollen. Wenn man jetzt irgendwie so ein NSU hat oder sowas und man schafft die Institutionen ab, die nach dem suchen, dann hat der ja freie Fahrt, oder? Nee, es gibt doch noch die Polizei und die Staatsanwaltschaften. Also nach dem NSU wird gesucht. Also wenn du Sprengstoffbunker hast, dann kommt die Polizei bei dir vorbei. Da brauchen wir aber keine... Anscheinend kommt sie ja nicht so schnell vorbei, hat man ja jetzt gesehen, oder? Ja, und der Verfassungsschutz hat den noch Geld... Also aus dem Umfeld der Verfassungsschutzes wurden den Geld- und Versteckmöglichkeiten besorgt. Also ist die Frage, inwieweit der NSU ohne Verfassungsschutz, wie weit der gekommen wäre? Kann natürlich sein, dass der ohne Verfassungsschutz weniger weit gekommen wäre. Das ist jetzt alles Spekulation. Bei der NPD war es ja damals auch so, dass man da irgendwie deutlich mehr V-Männer drin gefunden hat, als vielleicht nötig gewesen wäre. Und dass die da auch ordentlich Geld reingebracht haben. Ja, ohne Verfassungsschutz hätten wir viele rechtsextreme Strukturen in Deutschland nicht. Also das ist ja schon seit jeher so. Also auch ist jetzt, das ist jetzt nicht direkt vom Verfassungsschutz, sondern das ist nochmal unabhängig davon, die NATO-Geheimarmee, die wir hier in Deutschland hatten, diese Stay-Behind-Armee. Da hat man ja die Wehrspurtgruppe Hoffmann gehabt und da hat man wirklich Rechtsextreme mit Waffen, Brennstoff und allem ausgerüstet, damit sie für den Fall eines sowjetischen Angriffs dann hier Terroranschläge hinter den Linien verüben kann. Also da hat man Rechtsextreme wirklich bewaffnet und militärisch ausgebildet. Mit staatlichem Geld. Bisschen wie bei Oslo, Mainz. Ja, nur halt in Deutschland. Nun gut, ich weiß gar nicht genau, wie sehr wir das bewerten können von hier aus. Also auch wenn man, aber wir kriegen ja nur mit, was das so durchsickert. Also gerade Verfassungsschutz oder BND oder so, die agieren ja viel auch geheim. Deswegen wissen wir ja gar nicht genau, was die machen und in welchem Umfang und was wäre ohne die. Ich bin da ein bisschen skeptisch halt, wie schnell man irgendwie sowas abschafft oder ändert und was dann passiert. Also der BND, das ist ein Auslandsgeheimdienst, den würde ich nicht grundsätzlich abschaffen. Ich würde halt das so regeln, dass er halt nicht im Inland agieren darf und sich im Ausland an gewisse Standards halten muss. Aber dass es den grundsätzlich gibt, ist ja nicht falsch. Also alle anderen Mächte versuchen uns abzuhören. Warum sollen wir nicht versuchen, im Ausland Informationen zu sammeln? Das ist ja nicht falsch, dass man Auslandsgeheimdienst hat. Also den nicht, aber ich weiß nicht, also wenn man jetzt einfach den Verfassungsschutz beendet, man sagt jetzt einfach nächstes Jahr, den gibt es jetzt nicht mehr. Der wird jetzt aufgelöst, wir entlassen alle Mitarbeiter. Was passiert dann? Also die haben ja vorher irgendetwas gemacht. Die waren ja nicht nur Bürokratie, die haben ja schon Leute im Visier gehabt und das dann halt auch der Polizei weitergegeben wahrscheinlich, wenn es drauf ankommt. Was ist denn, wenn... Kommt drauf an oder vor der Polizei beschützt. Kann auch sein, weiß man nicht, ja. Aber ich weiß halt nicht, wie sehr wir das beurteilen können. Genauso wenig, wie wir wahrscheinlich beurteilen können, ob wir nicht auch von Thinktanks manipuliert werden. Also ich weiß, du siehst das dann bei den Mainstream-Medien oder Menschen und sagst, ach wie dumm, die glauben irgendeine Propaganda, die denen reingequatscht wurde. Aber die Leute, die von der Propaganda bequatscht wurden, die merken das ja selber eigentlich so gut wie nie. Deswegen wissen wir das ja auch nicht, ob wir nicht von irgendeiner Seite mit Propaganda bequatscht wurden. Oder vielleicht jemand, dem du zuhörst. Also das kann ja auch secondhand passieren, dass jemand, der eigentlich unverdächtig ist, auf irgendetwas gestoßen ist und das dann weitererzählt. Und dann macht das irgendwie die Runde. Und dann hast du vielleicht auch jemanden, der sonst vertrauenswürdig ist, der einmal daneben greift. Ja, deswegen sollte man sich von allen Seiten informieren und nicht nur von einer. Dann ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, dass man halt eher auf die Erzählung einer Seite reinfällt und sich instrumentalisieren lässt. Ja, man sollte sich auch russische Propaganda anschauen, weil es gerade einer im Chat schreibt. Und man sollte sich westliche Propaganda anschauen, aber auch Propaganda aus anderen Ländern. Und natürlich auch Medien, die man jetzt keiner Seite direkt zuordnen kann und sich daraus dann seine eigene Meinung bilden. Also seid kritisch, reflektiert euch. Und ja, sagt nicht, damit beschäftige ich mich. Nicht alle Seiten machen Propaganda. Und der Großteil des hiesigen Diskurses ist extrem zugunsten der NATO, extrem zugunsten der Regierung, zugunsten der hiesigen Superreichen verzerrt. Und da kann es nicht schaden, sich mal was von außerhalb anzusehen. Ich glaube auch, dass du das kannst. Ich weiß halt nicht, ob das jeder kann. Und ich glaube, wenn du einfach einen unterdurchschnittlich intelligenten Menschen, der sich vorher nie groß mit so Dingen beschäftigt hat, wenn du dem einfach mal sagst, schau da doch einfach mal rein. Du kriegst das schon irgendwie hin, zu verstehen, wie was gemeint ist. Und guck dir mal ein bisschen hiervon, ein bisschen davon an. Weiß ich halt nicht, wie gut die das hinkriegen, das im Hinterkopf zu behalten. Ich glaube, du setzt da ein bisschen viel voraus, was einige Leute verstehen, aber viele leider halt auch nicht. Ja, das sehe ich anders. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ich glaube an die Bürger. Ich glaube daran, dass die Menschen das abwägen können. Ich glaube, dass die meisten Menschen sich nicht groß für Politik interessieren und da das Problem liegt. Und es deswegen, gerade bei solchen Menschen wäre es ja besser, dass sie alle Meinungen mal gehört haben, selbst wenn sie sich nur wenig damit beschäftigen. Gerade bei solchen Menschen wäre es ja gut, wenn sie nicht nur die Propaganda der einen Seite am Rande mitbekommen, sondern die von mehreren Seiten, damit sie nicht gegenüber einer Seite völlig unkritisch sind und gegenüber der anderen dann überkritisch und da sich eventuell ein Feindbild aufschwatzen lassen, ohne es zu merken, weil sie halt nicht so tief im politischen Zusammenhang drinstecken. Aber du bist ja auch, also du bist ja offen BSW-Supporter. Aber die allergrößte Mehrheit der Menschen in Deutschland ja nicht. Die halten es ja trotzdem für eine bessere Idee, CDU, SPD oder irgendeiner der Bundestagsparteien zu wählen. Also ich weiß nicht, ob die alle jetzt einfach, die haben alle keine Lust gehabt, sich die andere Seite anzugucken. Oder also wieso kommen die nicht zu ähnlichen Schlüssen wie du, wenn die das auch alle sich angucken und reflektieren können? Sie haben eine andere Lebensgeschichte, sie haben andere Werte. Also das können einfach Dinge sein, die ja jetzt wenig mit dem Zugang zu Informationen zu tun haben. Und ja, ich glaube, dass viele Menschen durch die Mainstream-Medien manipuliert werden und die Altparteien wesentlich schwächer werden, wenn weniger Menschen diese Medien konsumieren würden, z.B. wesentlich kritischer hinterfragen würden, was da so läuft. Ich würde mir da halt wünschen, dass man dann nicht entweder mit dem Mainstream oder gegen den Strom schwimmt, sondern so ein bisschen seinen eigenen Strom macht. Und mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da. Weil es gibt ja auch Leute, die sind dann die Gegenbewegung, aber die wirken dann leider oft auch sehr homogen. Also da hast du dann auch oft eine große Bubble, die zu gewissen Themen genau die gleiche Meinung hat. Und davon sollte man sich so ein bisschen freimachen vielleicht. Da fragt gerade einer im Chat, ob die Feststellung, dass andere Leute andere Werte als ich hätten, nicht moralisierend seien. Nein, das ist sie nicht. Das ist einfach eine Feststellung. Ich werte ja nicht über diese Werte. Diese Werte sind ja nicht falsch, nur weil sie andere Leute haben. Über Fragen der moralischen Wahrheit, über moralische Axiome kannst du schwer diskutieren, du nimmst sie an. Und unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Axiome, auf denen sie ihre Entscheidungen gründen. Die kann man, hey, du kannst sagen, sehe ich moralisch anders, aber da kannst du schwerlich rational drüber diskutieren. Deswegen implizierte das gar keine Wertung über diese Werte, sondern nur die Feststellung, dass es andere als die meinen sind. Hast du das aus meinem Chat oder hat er das in beiden geschrieben? Nee, das habe ich aus deinem Chat. Okay. Ich dachte, da kommen mehr interessante Fragen als in meinem Chat. Bei mir schauen ja so immer meine Zuschauer zu und bei dir deine. Und deine sehen mich halt seltener als meine. Ja. Gibt es denn noch Fragen aus dem Chat? Wir haben, glaube ich, die ganzen Themen, die du aufgeschrieben hattest, alle abgearbeitet. Oder gab es von deiner Seite noch etwas? Nee, nee. Wie gesagt, dieses Kontaktschuld, dieses wir sollten Abstand halten, das sehe ich sehr, sehr kritisch. Wir sollten zum Mainstream und zum rechten Lager Äquidistanz halten und bei den alternativen Medien, da sollten wir bei denen die vernünftige Sachen erzählen, wirklich vollkommen offen sein. Wir sollten die Leute zu Gast einladen. Wie gesagt, Thomas Röper, Dominik Reichert, gute Leute, mit denen kann man reden, die kann man einladen, mit denen kann man Talks machen. Da sollte man auf keinen Fall irgendwelchen Abstand halten. Also die sind uns wesentlich freundlicher gesondert als der größte Teil der Mainstream-Medien. Das muss man sagen. Wie gesagt, sind vielleicht pro-russisch, haben eine andere Meinung als ich, aber solche Stimmen muss es auch geben. Ja, also Kontaktschuld würde ich, glaube ich, auch ein bisschen anders definieren als du. Also ich würde Kontaktschuld eher so definieren, dass du dann quasi auch als beschmutzt gehst oder so. Ich würde dich ja auch nicht verurteilen, wenn du mit denen redest. Ich finde es halt selber nicht gut. Ich denke, ich muss die teilweise nicht hier haben. Ich finde es vielleicht auch falsch, falsch, aber ich würde, also wenn du jetzt irgendwen da hast, den ich überhaupt nicht mag. Du meinst jetzt explizit die Rechten und nicht Leute aus den alternativen Medien, die sich keinem Lager zuordnen, sondern so quasi Auslandsberichterstattung oder sowas machen. Ich habe mich mit denen zu wenig beschäftigt, um da eine Meinung zu haben. Ich weiß bei manchen Leuten nicht, ob die Vorurteile gegenüber denen berechtigt sind oder nicht. Ja, ich würde dich halt nicht verurteilen, weil du mit den Ganzen redest oder so, aber heißt ja nicht, dass ich das gut finde. Also eine Kontaktschuld nicht im Sinne von, dass ich sage, du bist wohl genauso wie die. Das halte ich auch für bescheuert, wenn man dann, dann wäre jetzt ein Tilo Jung, ist dann ja auch gleichzeitig bei Hamas und bei Putin und überall einfach. Nur weil er mit denen redet, heißt ja nicht, dass er die 1 zu 1 genauso gut findet. Also er wäre dann wahrscheinlich gleichzeitig Hamas-Anhänger und AfD-Mitglied und letzte Generation auch. Ist, glaube ich, eine seltene Mischung. Das findet man wahrscheinlich nicht so, dass Leute das wirklich alles sind. Hier hat jemand im Chat mich noch falsch verstanden. Der schreibt, du hast vorhin gesagt, dass die Rechten irrelevant seien. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Rechtsextremen, also wirklich antidemokratische Rechte, Leute, die eine Führerdiktatur fordern, Leute, die einen ethnonationalistischen Staat fordern, wo alle Ausländer ethnisch rausgesäubert werden sollen, die sind irrelevant. Dann noch was zur Moralisierung. Ja, also jeder Mensch moralisiert in seiner täglichen Kommunikation. Ich habe nicht gesagt, hört auf zu moralisieren. Ich habe gesagt, hört auf aus dem Moralen ein politisches Argument zu machen. Das habe ich ja vorhin auch nochmal begründet. Also das mit dem Ethnonationalismus, das ist ja mit ein Problem, man ist im Wort Remigration, dass da jeder was anderes drunter versteht. Da sagen dann manche nur die Illegalen und manche sagen dann alle, die irgendwie dunkler sind als ich. Also da kannst du ja viel reininterpretieren. Und garantiert ist es schon bewusst so gewählt und es gibt einige, die das so interpretieren, dass sie sagen, ich will aber, dass hier bitte alle blond sind oder sowas. Und ja, wenn Höcke dann im Fernsehen gefragt wird, dann sagt er ja sogar, ich möchte, dass die ausgewanderten Thüringer wieder zurückkommen. Also das glaubt ihm ja wirklich keiner, dass er das damit gemeint hat. Ja, ja, es ist ja, wie gesagt, du hast es richtig beschrieben. Jeder versteht unter dem Wort was anderes. Das heißt, wenn du dich als radikal darstellen willst, kannst du es machen oder andere als radikal diffamieren willst, die es gar nicht sind, beziehungsweise wenn du dann dich als gemäßigt darstellen willst, kannst du es mit dem Wort halt auch machen. Deswegen halte ich es für ein großes Problem unserer Zeit, dass ständig über Schlagworte debattiert wird. Also ich würde solche Diskussionen um Schlagworte generell damit beenden, dass ich nach wirklich konkreten Vorschlägen, was es damit gemeint fragen würde und sofort von diesen Schlagworten wegkommen würde. Sonst bleibt man immer nur an der Oberfläche und kommt nicht tiefer in die Themen rein. Ich weiß nicht, was jetzt wäre, wenn man, das ist ja alles nur Spekulationen bei tatsächlich totalitären Systemen, die es ja überall auf der Welt hier und da gab oder Diktaturen oder irgendwie, dass es da was Schlimmes passiert, ob das vorher besser gewesen wäre mit denen mal nett in den Diskurs zu gehen und die zu entzaubern oder ob es besser gewesen wäre, bei manchen Leuten zu sagen, wir pushen die halt nicht besonders. Also wenn man es jetzt wieder auf Parteien bezieht, du hast ja bestimmt mitbekommen, erst gab es die Piratenpartei als die große neue Partei, der große Aufsteiger. Die wurden aber nicht so viel beachtet. Die haben ganz selten mal hier und da einen kleinen Auftritt gehabt, aber die waren dann relativ egal. Und AfD hingegen, die wurden ja andauernd besprochen und eingeladen und dann wurde darüber geredet, ob man sie einladen soll und dann gab es mal wieder irgendeinen Bericht, wo sie schlecht dargestellt wurden, dann wieder irgendeinen Bericht, wo man sagt, naja, vielleicht sind sie ja doch so mittel, aber die waren auf jeden Fall Dauerprogramm überall. Und die haben es jetzt reingeschafft. BSW ist jetzt wieder relativ selten im Gespräch. Also ich glaube, das hilft den Leuten auch, wenn die einfach jede Sendung bei irgendwelchen ÖR-Talkshows eingeladen oder besprochen werden, dann gibst du denen ja auch eine gewisse Relevanz, die sie vielleicht vorher gar nicht gehabt haben, dieses Fake-It-Till-You-Make-It-Prinzip. Und dass man damit vielleicht denen sogar hilft, wenn man die andauernd einlädt. Also jetzt ist es wahrscheinlich zu spät, wenn wir jetzt so wieder so tun, als gäbe es die nicht oder als wären die irrelevant, jetzt ist der Schaden schon angerichtet. Wie gesagt, wir sind nicht der Mainstream. Das ist eine Frage, die brauchen wir gar nicht debattieren. Die können unsere Gegner ruhig debattieren, die hier gerade die Richtung angeben, in die sich dieses Land bewegt. Wir können nur anschauen, wie die sich verhalten und uns gegenüber verhalten, die sich nicht sonderlich freundlich. Das BSW wurde aus allen Vorwahlsendungen ausgeladen. Oder du kannst es auch auf der kleinen Ebene hier auf Twitch nehmen. Jeder ARD-Mix-Talk, also fast jeder ARD-Mix-Talk, bis auf der eine, wo es mal um Wirtschaftspolitik ging, wo wir alle mal mit reingekommen sind, ist größtenteils von Walkies besetzt, wo sie dann entweder Kriegspropaganda oder irgendwelche Walken-Talking-Points zu irgendwelchen Lifestyle-Themen wie, oh Gott, Antidiskriminierung oder Gendern oder sonst irgendeinem Quatsch da ablassen können. Das liegt ja auch an den Themen. Also wenn die regelmäßig auf ihre Agenda schreiben, dass es um Gendern oder Hogwarts Legacy oder neulich war, glaube ich, eine Woche nach dem Talk, wo wir mit drin waren, wo es um Bürgergeld ging und so, eine Woche danach ging es um diesen Eurovision Song Contest oder sowas. Also das ist ja eigentlich eine Steilvorlage, dass wir da nicht wirklich besonders viel mitreden können. Also die geben ja die Themen vor. Hast du ja auch gesehen, Erwin hat ja mal angerufen in der Sendung über das Gendern und hat gesagt, warum macht der dann immer nur Gendersendungen, macht doch mal über ein anderes Thema und alle haben gesagt, oh nein, der Railing, wie kann der nur? Die lernen Anglizismus und gleich damit kann man dann jede Debatte abwürgen. Also das muss man in dieser Funk-Journalisten-Ausbildung anscheinend lernen. Irgendwelche Fachbegriffe, mit denen man dann Leute rauskicken kann oder womit man dann sagen kann, jetzt kommt wieder zu dem zurück, was wir hier eigentlich abziehen wollten, aber wirklich inhaltliches Wissen haben diese Funk-Moderatoren an keinster Stelle über nichts, worüber sie berichten. Also das ist eine einzige Katastrophe, was da journalistisch passiert. Also wenn es ein gutes Argument für die komplette Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gibt, dann ist das Funk. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass einige Intendanten oder hohen Tiere bei ARD das genauso sehen, dass Funk ziemlich bescheuert ist. Also ich glaube nicht so sehr, dass sie da besonders stolz drauf sind. Ich denke mal, wenn jetzt so ein Kai Kniffke irgendwo auf einer Bühne oder in einer Talkshow sitzt, dann wird er natürlich sagen, doch, doch, hier Funk, wir haben was für die jungen Leute. Aber der wird, glaube ich, über gar kein öffentlich-rechtliches Format sagen, dass das Scheiße findet. Und ich denke mal, dass die intern mit Funk jetzt auch nicht so zufrieden sind. Das war's. Ich denke mal,